So, da sind wir wieder bei Super Mario 3D World. Im letzten Part haben wir einen sehr, sehr anstrengenden Level gemacht, der ca. 40 bis 50 Minuten gedauert hat. Aber jetzt haben wir ihn endlich hinter uns. Und es geht jetzt weiter mit Weltfeuerblume 4, fehlen uns zwei Gründen Sterne. Vielleicht wird es ja sogar noch anstrengender, aber ich denke mal nicht. Hektik im Forst der Feuerbrüder. Rie, 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 Lea und Gigi. Das hast du ja gerade nicht gehört. Ja, 30 Sekunden. Oh, yay. Doch, habe ich gehört. Ja, wir fangen zu. Achso, ja, kann sein. Wieso rennt sie denn nicht? Wer sagt, dass ich schon renn? Also. Das ist mir so richtig toll an, eigentlich. Das ist jetzt einfach nur durchforschen, quasi. Hier, ich springe auf das Rohr. Yeah, pro-life. Den haben wir, den Grönstern? Ah, nee, das ist er. Der erste war, wo ist denn? Ich weiß, wo der ist. Nee, das war der. Hä? Nee, ich weiß, wo der ist. Doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Oh nein, das ist das Level. Weißt du noch? Das war ja noch schlimmer. Oder? Nein, doch nicht. Hä? Ich bin gerade verwirrt. Wir haben nur noch 60 Sekunden. Super, und jetzt? Das ist noch eine Zeit. Da müssen wir hoch. Achso. Ja, komm, mach. Ja, super. Hallo? Hä? Was soll das mit Backe denn? Alter, muss das sein. Ich möchte mich jetzt zurück. Ja, guck, hier ist nicht der Zweite. Toll, eine Uhr haben wir jetzt. Okay, wir wissen jetzt, dass sie da ist. Alter, wieso musst du so auf Zeit sein? Na, damit wir keinen Spaß mehr haben, verstehst du doch? Ja. Nee, ich bin voll gefrustet von dem eigentlichen Level. Ich will bitte raus. Aber hier, hier, ist hier irgendwas drin? Ja, Feuerblume. Also, nehmen wir mal mit. Oha. Äh. Hallo? Wieso geht der denn nicht rein? Wieso musst du denn rein? Setz die Uhr. Achso. Geht lebt. Der lauft doch einfach und lauft doch nicht gegen den... Irgendwann nicht. Müssen wir den mit... Was ist die? Ja. Okay. Ach, wieder nur 11 Sekunden. Okay, das geht nicht. Ich versuche, wieder hochzukommen, ja? Ich schaffe das aber leider nicht. Hä, der kommt mir überhaupt nicht. Wie soll man das denn schaffen? Auf den Dings, wenn der dann hochgeht. Gut, der kommt noch nicht drauf. Ja, über die Röhre mal wahrscheinlich. Jetzt. Das sind wir... Gut. Ja, jetzt wird schon wieder nichts. Lol. Hä? Das macht so viel Spaß, ey. Jetzt schon. Ja. Ich hab gerade auf dich geschaut. Okay. Ähm. Ja genau, sonst haben wir halt keine ein. Ja genau, dann sterb halt. Ja genau. Ich glaub wirklich, die Kamera hat ein bisschen zu viel Alkohol gesoffen. Ja, aber nicht nur Alkohol, ey. Ja. Ja genau. Wahrscheinlich noch ein paar Dinge gesoffen, die man gar nicht so kennt, normale Menschen. Alter. Man kann das Level nicht. Atomverseuchtes Wasser. Ja. Man knackt jetzt aber nicht ohne Schaden schaffen. Ja, guck. Ey. Weiter. Es ist überhaupt nicht ein, wieso man so ein Level macht. Aber da kam doch noch so ein ganz schlimmes Level, oder? Oder hatten wir schon? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder ist es das? Dieses ganz Schlimme, was wir mit Bela auch zusammen gemacht haben. Ich glaube, das ist es. Das hatten wir sogar schon. Das hatten wir schon. Ja? Ja. Okay. Ich bin mir aber gerade nicht so... Es war, glaube ich, nicht mal so schwer. Doch. Es war richtig schwer. Ja. Ja, weil ich war durch mit Bela, weil Bela nicht ganz ehrlich gestorben ist. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz ehrlich gestorben. Ich versuche erst mal, vielleicht ist es von hier aus. Ach, du bist hochgekommen. Ah. Lass mich sagen. Schnell zurück. Ich kann auch hier oben drüber gehen. Ja. Da ist auch eine Uhr, glaube ich, ne? Ja. Jetzt hier, Skillmethode. Yeah. Haha. Also das war mal eine Skillmethode. Meine Lieben Kinder rein. Damit ihr das hießt. Ja, ich glaube nicht, genau. Das ist die Uhr, okay. Äh, haben wir alles? Beide, oder? Ja, zwei. Oh. Ich bin gar verwirrt gewesen, weil ich sie einfach verschwunden bin. Komm, ich kann mich jetzt befreien. Das ist richtig unmöglich einfach. Jetzt müssen wir schnell die besiegen hier. Ja, ich denke, ich bin ja. Wieso denn? Ich habe B gesmasht. Ist das nicht verstanden? Äh. Der Letzte. Was ist der? Ja. Genau. Ich weiß nicht. Hä? Ich will erst mal Säben halten. Säben. Fünf Minuten. Ja, okay. Jetzt geht der jetzt noch mal. Doofes Level. Hölle oft gefailt. Hatte noch neun Sekunden. So, super. Obtschwoar. Obtschwoar. Habt ihr gehört? Obtschwoar. Einstern. Hammer. Ich habe schon Kopfschmerzen, wenn ich so aufgeben muss. Ich bin wieder, ich muss mich eigentlich nicht mehr aufgeben. Und nachher wieder Obst trinken. Okay, du sammst schön die Uhren ein und ich gehe schon mal vor, ja? Oder wo? Ja. Achso, dann sind wir wieder durch. Hä? Wo? Wäre ich schon klein gewesen. Okay, den haben wir jetzt auch. Müssen wir uns nicht mehr die Zeit damit verschwinden. Nein, du. Du, all, ich liebe noch. Nein. Ich wollte mich gerade in Blasen machen, aber. Nein. So, und jetzt, wo ist der jetzt? Du musst doch. Immer alle besiegen. Hm. Da. Hä? Schau. Warte, 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 komm zurück. Da, da, da. Ich glaube, der war da. Nein, da. Noll. Ja. Aha, okay, wir wissen es jetzt zumindest. Also. Wenn es da so weit ist, soll. Ich hätte mich nicht mehr mit diesem Leveln anfangen. Ja, toll, wenn die Chance so geschissen ist. Ja, sammelt es nicht ein. No. Oh, ja, der Feuerbälle ist natürlich schneller als ich, als Itzemi. Die Feuerbälle hier können auch gar nicht mehr schneller. Ich bin auf höchste Stufe eingestellt, ne. Am besten noch eine höhere Stufe programmiert. Höhere Geschwindigkeitsstufe. Ja, Kamera, danke. Okay. Oder, ich weiß auch immer, der Ratsch will. Wie kann man einfach so drüber jumpen? Oh, das war knapp. Das war falsch. Bumm. Bin ich? Oh. Okay, das schaffen wir eigentlich noch. Eindeutig. Bittidit. Wir springen. Das sind Zeitverschwänger, ey. Dafür gibt es immer Zeit, dafür, dass wir uns jetzt unbedingt diese Szene angucken mussten. Wie sollen wir die töten? Ich bin ja davidin auf den Kumpass. Ah. Wie? Ich kann, da kann man nichts machen. Ich habe keine... Alter. Ich kann ja nur die Gumbas so töten vielleicht. Ja. Ja, super. Und jetzt? Ach so, wenn man den töte, dann... Komm, 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 du schaffen es, schaffen wir, schaffen wir. Das kann nicht wahr sein, ey. Muss ich eine goldene Pfanne noch holen? Nein. Ach, nö. Komm. Alter! Vielleicht hätten wir es geschafft, wenn wir nicht hochgelaufen wären. Wieso? Meinst du, hätten sie noch geschafft, wenn wir nicht hochgelaufen wären? Wieso muss man das machen? Zeitlevel, ich hasse... Wieso muss man... Wieso muss man das auf Zeit machen? Das ist einfach... Einfach... Als... Als wäre es nicht schon schwer genug. Boah. So, es gibt doch sowieso schon eine Zeitbegrenzung. Ja, eben. Ich würde mal... Ich würde mal alle Uhren einsammeln. Die Zeit hier. Zeitbegrenzung. Ich würde mich nicht mehr befreien können, wenn er reingegangen wird. Wie kann man die gut ohne Alter übersiegen? Gar nicht. Hä? Was soll man denn machen? Wie hast du das jetzt gemacht? Keine Ahnung, es war richtig Glück einfach nur. Mhm. Also brauchen wir jetzt noch nichts? Nein. Ja, genau. Ich spreche jetzt nicht ab. Ja, sehr gut. Aber trotzdem noch ein Level in diesem Part. Ich denke, wir können jetzt den kürzeren Part machen, wenn der andere so lang war. Nee, der ist ja dann gar nicht lang. Der andere. Ja, ich weiß. Aber man kann doch kurz gehen. Und für uns war der ja so lang. Ja, ich weiß. So lang. So gängig. Weltfeuerblume 5. Nur der letzte Grünstein. Also am Anfang schön durchwaschen. Das kommt da auch noch. Ach, das ist es ja. Rasenjakt in der Grasteppe. Grassteppe natürlich. Fertig. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Ich bin tot. Hä? Mach einfach mal. Oh, eins. So, den muss man vielleicht der ganze Zeit lang beklagen. Nein, den haben wir doch schon, oder? Hast du gut? Den haben wir doch schon. Hallo. Ja, aber... Oh, okay. Einfach nur durchstellen, oder? Ja? Ich spiegelt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ja, glaube ich sowieso. Was ist hier denn? Oder Menschen? Und da geht es irgendwo wieder zurück, glaube ich. Da geht es zurück, glaube ich. Ja, aber der Doki, das war der zweite. Ja, oder der erste, das war der gerade. Ja, diesmal hat er keine Zeit für die ganze Zeit mehr. Ja, also schon. Nicht zu knapp. Da ist eine Uhr. Da geht es auch wieder irgendwie zurück, ne? Oder der Kamerl irgendwo her. Boah. Ja. Hä? Hallo? Ich mach irgendwann mal in deinem Leben vielleicht mal einen Wandsprung. Wäre ganz hilfreich. Können wir nicht entscheiden. Dann halt nicht. Oh, der Baum taucht der Wille. Oh, gut, dass ich Todt habe, Alter. Was ist jetzt passiert? Der ist da hinten aufgetaucht. Ja, natürlich. Der kann ja nicht da auftauchen. Brauchen wir ihn? Nee, brauchen wir ihn nicht. Öl. Ich bin ja genau herangesprungen, als du ihn eingesammelt hast. Ja. Boah, können wir sogar noch ein Level machen. Das war doch jetzt schon alles, oder? Ja. Okay. Ja, das ist ja wenigstens. Wenigstens hier, ne? Wenigstens. Du, du. So, Karte. Geht jetzt weiter mit Weltfeuerblume sieben. Erst in den beiden Grünsteinen. Das ist, glaube ich, sechs, ne? Das ist sieben. Boah. Acht. Neun. Sieben. Ballerei in Röhrenlagune. Was denn? So komisch, dass das hier sein muss. Mit Ur und Dür. Die ersten beiden. Ich glaube, hier ist noch keiner, oder? Ja, wir müssen auf jeden Fall in diesen Sandstatuen nachgucken, weil da stinken sich oft welche. Hey, komm mal. Ja. Ja, das ist so viel. Hm. Tau. Ja, tut. Tau. Hä? Hast du das gesehen? Wie komisch, wenn der rauskommt, reingeht? Da oben war einer, oder? Ne. Denkst du jedes Mal. Okay, doch. Vielleicht in diesem Kumba. Ja, Kamera. Und die Tür, ich glaube, den nicht bewegen. Ich komme auch überhaupt nicht hoch genug, umgehaupt. Ja, geh mal drauf. Und? Ne, ich habe da noch Münzen. Okay. Das ist Piranhas. Ne, das ist immer eher von den Tauernschwappen. Ö, ja. Stellt Kumba's. Ah, eigentlich müsste es eine Sterne nicht herzukommen. Wer müsste? Das bringt ja diese... Der trägt hier um, ne? Ah! Krass. Der war ein Kluper. Ja. Alter. Das ist doch befindet. Okay, ich probiere doch nicht mehr. Den ersten haben wir, glaube ich, nicht. Der muss ja schon längst gewesen sein, glaube ich. Ja, ich schau mal hier nach. Nein! Da oben ist ein Pfeil. Da ist er. Ach so, ich lebe ja noch. Ist das jetzt die zweite? Nein, das war der erste. Yay. Ja, natürlich. Ja. Da gibt es schlechten den Neuen. Hm. Ja. Da kriegt sich nur einer ein. Ja! What the fuck? Wieso? Ja. Ja. Oh, ja, ey. Wie konnten wir denn das wirklich nicht finden? Oder nicht suchen? Ja, geht nach unten. Ja, wie denn, wenn die Kamera nicht will? Klar. Das ist ein altes Schiff. Das haben wir ja schon alles, ne? Ja. Hm, okay. Na. Na. Ich habe für uns noch ein Leben eingeheimst. Eingeheimst. Okay, jetzt ist der Part aber beendet. Wir haben immerhin ein paar Level geschafft. Wie viel haben wir jetzt geschafft? Drei? Oder zwei? Oder vier? Ne, drei. Ich glaube sogar fünf. Ja, ich hoffe sechsen. Eins, zwei, ne ich glaube drei. Eins, zwei, ich glaube drei. Boah, wir können zum ersten Mal in diesem Spiel oder zum zweiten Mal die Kamera bewegen. Mensch. Also ich verstehe nicht, wie sie überhaupt eine Kamera einbauen. Ich meine, das ist bestimmt genauso schwer, als wenn man ohne Bild spielen würde. Ja. Okay. Also im nächsten Part geht es weiter mit Weltfeuerblume 8, wo wir noch nichts haben. Das ist ja unbelievable. Und dann nur noch Weltfeuerblume 9 und 11. Dann haben wir schon alles. Okay, also bis zum nächsten Part. Und tschüss. üss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tarz. Tappe, wir können uns einfach mal hier aufpassen. Tag rein. Tag rein. Tag rein.